Heute gibt es ein Video, das niemanden interessiert, Junge. Ein FAQ. Ey, was hupst du mich? Was? Chill doch mal dein Leben. Das war zwei Sekunden. Zwei Sekunden. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Es ist zu heiß hier drin. Aber eine Frage sticht besonders hervor. Wie viel verdient der dreckige Chabo mit seinem Drecks-Content? Die Antwort meine ich. Die einzige Antwort, die man hören will. Wie viel verdient man mit YouTube, mit YouTube, mit YouTube, mit YouTube, da rein geht's hier. Und im Mai habe ich gar nicht reingeguckt. Gar nicht. Als ich die Summe gesehen habe von 9.000 Euro. Zwei Monate später waren es dann keine 9.000 Euro, sondern 20k. Okay. Das ist alles brutto. Das heißt, Steuern kommen hinzu, dann die ganz normalen Ausgaben, die ich habe und meine Ausgaben. Ah! Ah! Boah, ist das hart, Nicky!